Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video Minecraft Bad Wars. Heute mit Tom. Und wie immer mit Tom. Okay Tom. Heute wie auf dem Sendeplan ja steht, den wir gestern hochgeladen haben, kommt noch eine Runde Bad Wars. Also für alle, die es noch nicht so richtig kapiert haben, der Sendeplan, also wir machen auch wahrscheinlich andere Videos dabei, ne? Aber wir machen halt sicher dann Bad Wars oder jetzt so, was halt draufsteht. Vermutlich in den Schulferien werden auch mehr Videos kommen am Tag, als nur das eine Video für Sendeplan. Ja. Ich habe wohl nichts für Gold. Ich habe schon einen Bogen. Kein Ernst. Ja. Ich habe schon eine PigX. Ja, habe ich aber nicht mehr gebraucht. So. Obwohl ich mehr mit Eisen. Oder es in welchen Nimmere. Hast du noch Eisen übrig? Na Leute, ein Erdenbogen. Nee. Nicht? Ja. Ja. Der ohne Bogen, äh, der mit Bogen hat Equip, der ohne Bogen hat keine Equip. Ich bräuchte aber noch Eisen. Pass auf. Ach, der ist da? Ja. Ich trefft sie nicht. Ich trefft sie nicht. Junge, schreibt einer. Junge. Was? Oh, lol. Das habe ich noch auf Aufnahme, Alter. Was? Den Lackschuh. Ich brauche mich nicht mehr. Ich brauche... ... Ich brauche mich nicht mehr. Ich brauche mich nach oben. Hat noch einer Bau? Keine Ahnung. Das ist mein Bau ist beim Action hier. Da bekommst kein Gold. Wer teamt? Wer teamt denn? Rot und Lila. Was wir teamt doch nicht. Also einer hat Rot und Lila geschrieben. Tima Rot und Lila schreibt er ja. Ja bisschen Rot. Leute schreibt mir das mal bitte in die Kommentare warum wir jetzt bitte hier geteamt haben. Ja. Hätte ich echt gerne mal gewusst. Höhenteam wenn die auch machen. Wir werden einfach gleichzeitig im Chat ausgelastet sind. Ja. Ich hab 3 Gold übrigens. Ich baue ne Team Chester. Ja. Warum ich hab mir das noch ne Kackspitze von dir. Ey wie ist das von mir denn? Weil du mir die Freunde hingeworfen hast. ne. Mann warum hat der Bau da? Das gibt es dann Loll Achtung Tom Frau Hülfe Lauf, lauf, lauf Du brauchst freie Base, es bringt mich nicht Helfast down Ja, Alter, da ernst Mega, man ernst, der abstaubert nicht, sagt, ne? Ich baue keine Base Dreck Drecksman 100, der eine beleidigt dich Wenn er meint, Zollermacher Lass mich nicht probieren Habe ich mal gefragt, was er für Probleme hat Das sind einfach Wenn er Spaß daran hat, mich zu beleidigen, Zollermacher Es nervt Du nervst Ein Welch? Nein, ich meine, der Rostreiter Ich muss dazu schreiben Ja Äh, ich weiß gar nicht, was sie alle wollen Sollen sie bau sparen, oder? Oh fuck, da ist einer mit Drogen Wo? Dafür erstmal den grünen runter geschossen Übrigens grün äh, immer bau sparen jetzt die ganze Zeit, ne? Ja, mach ich auch Schade drum für sein Teammate, aber Schade drum für sein Teammate, aber Vor allem die Team glaube ich ernsthaft Ja, mein Gott, ich hab den mit Gold Wenn sie es wollen Soll er mal ausrasten, ne? Ah, hast ihn Wer, wer schießt die ganze Zeit? Der Ach, die Unsere angeblichen Teammates, oder? Ich schieß erstmal hier Aber richtig, ich hab in die Base, aber richtig Ich hab hier ne Team Chess Chess Mach ich auch Nein Hast du hier nicht? Okay Okay, jetzt zu dem, Alter Neul dahinter uns Ich bin fast down Ich hab ihn weggekickt für dich, Läger Oh Gott, ich bin fast down Ich lauf, ich lauf Ich lauf Oh, der Marius on Ich denke, der ist online Noobs Ja, so Genau so Noobs in mir So was ist einfach Pussyhaft, Alter Er greift uns an Er greift schon zwei Leute an Was wird er da erwarten? Wenn er meint, dass wir Boss wären, dann soll er selber Boss wären Er hat gesagt, Noobs Weil wir ihn getötet haben Au Ah Deswegen sind wir Noobs Mhm Weil wir ihn getötet haben Dann wären ja alle Noobs Ja Weil jeder wurde schonmal getötet Ach ey, weißt du, was wir machen? Wir gehen zu Grün, bauen die ein und töten die dauerhaft Wir bauen hier Betten ab Wir lassen die gar nicht mal liefen Das ist doof Jucken mich nicht Ich hab uns beleid Er juckt mich an Sonst ist beleid, ich lass dich nicht provozieren von denen Ja, ich mach's aber, wenn ich die gekillte hab Also, wenn wir die Wenn der an Bases sind erst mal richtig hartkreuz die ficken wo es andere beide erstmal richtig hartkoppos läufst du ich lauf zu denen und brust beim lieb kann es sein dass ich sterbe nein ich sterbe aber ja ich bin da warum bist du gestorben ja was alter was soll ich denn alleine dauert machen ja dann brauchst du meckern alter ich gehe wieder drauf ist mir egal ich nehme kein gold mehr ich mach gern wer jetzt fragt mir egal wie voll die kürzen oder vorsicht der eine baut sich zu uns da sind volle Köpter wenn er meint es machen will wir müssen ich schreibe dabei auch nicht vorliegt ich habe nur die Kürtkappen getötet nach nachhaltig vor allem er ist gestorben er ich habe ihn getötet und ich bin gestorben da ist einer ja warte was macht er da was macht er denn da hä ja ich schreibe einfach gar nichts mehr oder warum haut er jetzt ab ich sag's dir da wenn jetzt ein blödes kommentar auf das ding gibt ich alter ich fick die mach das ok kommt ok ich tue dir jetzt einfach so lang NEIN bin runtergefallen geil er hat mich runter geschossen bei Sitzach ja und er hat einen gold ab hm nicht doch hm 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 Ah, Lila. Ja, tot. Lila in der Base. Ich habe mich gerade voll equipt. Warum kannst du auch mal bitte kommen? Das Bett wird gerade abgebaut. Ja, ich bin da. Ja, aber das Haufen Gold ist weg. Ja, ich würde mich jetzt nicht mehr brauchen Gold. Digga. Können wir bitte grün zerstören? Nein, ich lasse mich von dem nur provozieren. Ist mir scheißegal, was du jetzt sagst. Von dem lassen wir nichts sagen. Ja, und? Wir müssen ihn trotzdem zerstören. Ach, no, noch viel kommen wir. Hä? Nee, der meint grün. Ach so. Der eine hat sich aber ein Spinnnetz eingebaut. Was ist denn jetzt hier? Die Truhe wird nicht angezeigt. Jetzt was? Die Mitte ist... Ja, sonst kommen welche. Oh, ich bin nicht. Ich kann die killen. Lass mich vor. Lass mich vor. Ja, komm. Habe ich ihn? Ja, was hat er für Range? Hä, man kann ihn gar nicht treffen. Hallo? Ja, als ob... Ich habe ihn. Genau, Alter. Ich hole mir den Bauern, aber nicht mehr. Ich hole mir den Bauern, aber nicht mehr. Ich habe ihn stacken verkauft. Äh. Warum haben die Weg zu uns? Boah. Ja, okay. Ja. Ja. Scheiße, sorry. Ich habe mich nicht ermutetet, wieder. Ja, passt schon. Meine Mutter ist jetzt losgekommen, Leute, weil die jetzt die Eier macht. Für Ostern. Ja, das heißt, wir sind gut vernichtet. Warum? Äh, hat einer geschrieben. Ist nicht einmal deutsch, aber egal. Er ist vier or two. Hä? Digga, was labert der Penner? Scheißegal. Ich will den ein... Ich lasse mich auch nicht provozieren von ihm, aber ich will ihn einfach aus der Runde haben, weil er auf den Piss geht. Oh, 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 da kommt er wieder. Da ist er ja wieder. Oh shit, er ist mega guter PvP-Spieler, oder? Oh, da habe ich auch getroffen. Ach so, jetzt kommt Bursbücher. Mach das, ich gehe jetzt drauf. Bye, bye. Bye, 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 mein Juli, ja, nicht leben. Ja, der steht da oben. Ich habe dich gesehen, voll idiot. Kommen die an? Ja. Voll idiot, Alter. Lol, der springt einfach über mir. Wie schlecht, ey. Das ist mein richtig gefuckt. Nein, die hat Knüppel. Hast du sie? Ja. Ja, wenn du die jetzt ausschaltest. Lol, es ist ein Team-Mail, das ist da. Und ich habe ihn weggekommen, obwohl, dass ich da bin. Sorry, dass ich nicht, äh, dass ich nicht da bin, aber ich versuche, Gott, Gold zu selten. Weil, äh, die Lila nennt sich sau stark. Ab ihr Bett. Nice. Wo ist der andere? Das Ding sei ernster, als, dass er, ich habe ihn gerade ekippt. Ja, der ist da oben. Der war voll ekippt, Alter. Ja, ich hatte ein, ähm, vier Herzen, ne? Dann habe ich ihn weggekommen, oder also, ich würde mal sagen, der hat richtig die Skills, ne? Ja, und wie? Ich habe ihn mit vier Herzen voll ekippt gekillt, also, ich finde ihn richtig geil, aber der wird mich jetzt fecken. Ja. Hat er noch zwei Herzen. So, also, der Spammer. Der Lila ist halt übelstark. Ist auch. Ja, weil die halt auch viel Gold haben und alles. Ich halt übel. Hast du schon mal gegen einen gekämpft? Ja. Hat er PvP-Skills, oder? Ja, nicht so. Okay. Also, machbar, wenn man in die Mitte kommt, oder? Ich schlag's ja die ganze Zeit mit dem Bau an. Oh Gott, nein. Wenn ich jetzt, wenn sie mich jetzt noch einmal... Auf, 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 ich tanken. Nein! Was? Was? Wie? Ich stand doch vor dir, oder? Ja, gut, aber ich habe genug Gold gesehen. Ja, egal. Was? Scheiße, jetzt werde ich sterben. Warum? Weil nämlich das, ähm, ja, ich hab's geschafft. Oh, ich hab' ich schwert vergessen. Was mach' ich hier? Ah! Warte, ich bin gleich wieder da. Das ist so dumm. Geh, komm. Ich hab' zwei Herzen. Erstmal zu gehen. Die Aufnahme ist jetzt schon fast 20 Minuten lang. Viel Spaß beim Hochladen. Oh, oh, ohli. Ja. Ohli, boos, wenn die. Am Bogen sollte ich mir jetzt nett, oder? Was? Am Bogen sollte ich mir jetzt nett machen, oder? Dann haben wir kaum noch Eisen. Hä? Wenn du nicht stirbst. Es stirbt dir bei Anna, ey. Ein Bogen können wir uns nur noch leisten. Ich darf aber wieder da drunter fallen. Ja, ich komm' auch. Ah! Erstmal safe bauen. Oh, laud, ich treff die mega. Ich hab' eine Heel-Potion, so soll ich sie dir bringen. Nee, nicht so viel. Egal, ich bring' zu dir. Wo sind die? Hab' sie dir hingeworfen. Danke. Ich treff' die mega gut. Mit den Namen geht es einigermaßen. Was? Den hab' ich nicht getroffen. Hab' einen. Einmal getroffen. Ja, ich treff' die ganze Zeit im Strammer, oder so getroffen. Ja, nochmal. Nochmal. Hab's gesehen. Was macht er da? Was macht er da? Was baut er das nicht rein? Die haben doch alles Gold der Welt, ne? Ich versteh' das nicht. Ich muss kurz Essen holen. Äh, ja, hier, nimm, nimm. Ich muss eh in die Base. Nee, nee. Warte. Ah! Krass. Leute. Häftiger Bau, würde ich mal schauen. 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 Was? 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 Hast du den Lockfallgrad sehen? Ja, hatte ich auch das. Der Bogen hat halt schlagen, ne? sie haben jeden besten also dann nicht dort kann ich nicht mehr zurück wenn ich hier zurückschmissen hat bin ich wahrscheinlich dauernd ich auch ich habe hier hinten so was gebaut bau hinter dir das ist wichtigste Bau hinter dir was Fakt die Mitte ist glaub ich leer ich gehe in die Mitte soll ich gleich kommen die sind ich da ich hab für Gold ich geh jetzt noch ein lauf 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 nein ein da oben kommen auch soviel Gold wie möglich und runter schießen wenn die wieder kommen wir müssen heute hier heute hier heute ich hab sie gold ich geh weg ich glaube die kommen wieder die werden wieder kommen haben sie wieder die Mütter gelb ist in der Mitte ja ich weiß der hat aber nix glaube ich ich bin auch in der Mitte die sind bei der ich komme ich komme ich komme also Gold nein ich bin hier runtergefallen du musst recht denken die Schlechtzeit ihr Teamer alle Bann warum also ich schalte jetzt nix nein 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 ich habe auch viel Gold nimmst das gleich was er nächstens 2 ist und zwar ich muss das schreiben getroffen getroffen genau noch mal getroffen Boden und wir hassen uns ja wir schießen uns doch wo bist du also na also komisch ihr kämpft nicht hey wir hey wir kämpfen gar nicht mehr noch mal getroffen ne weiß ich schießen nehmen wir machen ihr bloß grad ehemisches Battle 2 Versus und gegen mir ja ich komme wieder er muss mich ablösen ich habe auch Gold 8 noch mal getroffen die treffen mich nicht aber ich sie mich immer wieder ausweich geht 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 hier nein geh heim nein nimm den Trank falls sie sich treffen aber auch ein wir kämpfen gerade eigentlich nur gegen den und er beschwert sich warum wir nicht kämpfen die Bauer sich ein ich glaube die müssen regenerieren viel Spaß mit Bann mein Bruder ist Edmund er hat sich auch so entweder du bist blind auf beiden Augen oder einfach nur blöd Spruch Andreas von Frauentausch kommt lasst uns Frieden schließen und Kuchen essen auch 8 8 8 8 9 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 und wir gar nicht aber ihn und wieder ein ich hab auch wollen ich bleibe jetzt mit hier noch ein aber voll getroffen und die Runde ist mega lang einfach 12 jährige Kiddies Warte Kiddies U8 nennen nur andere Kinder Kinder Kiddies nehmen nur andere Kinder nennen also rot wie alt seid ihr, bin 15 aber Kopf hoch Jo, mit 15 Minecraft, ne? ich mein, ist nicht schlimm, aber dann noch so kindisch zu sein, der ist nicht 15 Au aber alles klar, Julian, er ist 15 und ist so kindisch, ne? ein weiterer Spruch von Antideus Digga, ich brauch den auf meiner FR, Alter Alter, der wär bestimmt auf Skype auch voll witzig, ey ich werd angescipt von wem keine Ahnung Wunder, oder? was los, wie alt ihr, wie alt seid ihr, hä? ja, der soll doch spielen jetzt Datenschutz das ist scherzig, man das ist scherzig, man das ist scherzig, man der Tauben und ich wissen beide 12, aber ist ja nicht schlimm, oder? ja, das sind wir also von daher ist dann nicht verboten mit 12 Minecraft zu spielen, oder? ja, und auf oder aufzunehmen, oder so vor allem, es gibt einen YouTuber, der ist glaube ich grad mal 9 oder so und hat über 1000 Abos kommt doch zuerst, wenn ihr, ähm, wenn ihr so alt seid zu dem, wenn er meint, er war auch mal 12 übrigens das ach ne, schreibe ich jetzt lieber nach, sonst weiß er wie alt ich bin oder wie ich hab getroffen die haben Dornen, oder, weil du grad Schaden genommen hast ja ja soll ich vielleicht heim mit 32 Gold? ja soll ich uns irgendwas kaufen oder erst mal weiter halten ja vor allem will er uns jetzt bannen weil wir zwölf sind oder was weil sein Bruder ja Admin ist und vor allem er hat an er ist 15 hat einen Bruder ist Admin auf den Server erstens er ist so kindisch und zweitens Admin er hat kein Edmund als Bruder nun mal so er dann im Leben damit will er uns bloß Angst machen und zweitens Admin hat niemals Admin muss ja schlau im Kopf sein oder und wenn der so dumm ist ist glaube ich sein Bruder genauso behindert ja das muss nicht sein Alter bei so viel Dummheit kann er nur dumm sein fast auch nix d jetzt so richtig fies noch schreiben sorry Digger wartet soll ich der Heilpausche geben ich hab sorry geschrieben ok gelb ist gestorben die Aufnahme ist so mega lang ja alles gut zu uns einer kommt gelb kommt gelb kommt gelb kommt ausbremd 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 es tut mir sehr leid dass der gelber allein ist aber naja wie lame trifft net mal scheiß drauf Jürgen ja man trifft halt nur mal nur mit Aimboard jeden Schuss ne ja tut uns leid wir hacken nicht warte mal ich schreib ihn warte ich schreib ich schreib ok jetzt schreib mal sorry dass wir nicht hacken aber ruhig blut gelb Digger der Mad Max der gefällt mir mega alter ruhig blut ja ruhig blut Mac Max sorry aber ich hab aber sorry aber ich hab kein hä was hast du geschrieben sorry aber ich hab aber keinen aimboard bisschen kein deutsch aber ok ihr habt als gildo ich muss die torschen nehmen er war in dem 1 mit ich habe 16 16 30 fucking minuten schick später freundschaftsanfrage aber die treffend feuerst anzunehmen die torschen oder so mitnehmen ganz ehrlich wir müssen mal was machen die runde das ist ja dann mal so jetzt aber wieder feinde ja ja du alles in die chest und so weiter viel gold noch blau wir haben übern stack einer hat mich auf fr geschickt obwohl er das enderpearl einfach nehmen geht ja ich besser die gewinnt die skype hat er hat mir freut ihr habt ja nicht mit max oder dieser ls-lp pack mir mal eisenschwerder das so wir müssen jetzt was machen stärke portion ja und ein bisschen essen hat nur noch zwei steiger ich sag ja nicht mehr so viel gold noch 43 ja egal nur noch 43 hat die skype oder ts solchen antworten ja kommen lassen nach der runde mit ihnen mit den skype malte an der für die portion an die stärke das schafft brauche ich keine ja ich brauche essen ich habe der 1 ablässchen zur gute macht für dich äh ich habe auch nur level 1 ich füge ich füge euch dann hinzu die gleich feier die an mir tut so leid wenn wir die ausschalten alter das sind einfach nice aber äh eisenschwerder ja klar hast du auch eins nein ich habe ja ich brauche einst aber hat kunst bogen level 1 reicht uns aber erreicht aber wirklich ich kann gehen von mir aus ja ich auch aber da sind ein paar äpfel gehen wir auf geld zuerst nena wir dürfen denen die mitte nicht lassen wir müssen stärke gut einsetzen wir haben bloß dafür drei minuten aber wie gehen wir da kommen wir kommen wir ganz rennen mit einem wurf ne oder wir müssen uns wenn dann neid den einwürfen ne 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 ich hab mir locker das hab mir locker ja aber ja an die ablässchen wir uns doch ganz geworfen da was er eben der zweite woche soll es probieren aber ich weiß nicht daneben schreibt er ich habe sie in die ändert nein ich habe es in den stärken drangen genommen aber ja ich war ja die der karte auch daneben das geht nicht nur dann wir müssen aber der der packt auch zu langsam wir müssen sie jetzt treffen wir haben stärke ich habe keine ich habe noch keine ich habe meine ausfasschen schon genommen das ist das problem auch ich bin fast da er ja vielleicht jetzt okay aber der bringt mal die sachen wenn ich gerade untergekippt zwei minuten stärke alles gekauft zum plan ich tue es dir rein okay ja ja ich treffe es nicht au wir müssen jetzt kommen ja ich weiß schon wir dürfen halt aber diese fleine das leckt so lang äh packt so langsam die fixen das so langsam man wird manchmal zurückgeworfen dann wir müssen wir müssen jetzt ich soll ich jetzt allein alleine ich habe noch kann ich habe gerade schon von dabei ist wurscht oder ja dann vielleicht du nicht kommt von vorne ich weiß nicht ob es reicht okay kann sein dass ich jetzt der man trifft sie einfach dritte nicht einmal getroffen er merkt mich nicht er sieht mich nicht okay ich bin auf dem weg glaube ich kann ich die stärke raus ja ich ich habe die stärke unter dem flug angezogen ich lande bei dir in der base ich lande da ich lande da habt den ein habt den ein ich hab das bett habt den ein wo ist der andere wo ist der andere ah chi 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 was her schreibt er ich habe sorry ja ja leute die runde war etwas länger wie normal die wird auch wahrscheinlich skype schreibt er ja ich lade die noch wahrscheinlich heute noch morgen kommen ähm aber ich sag dann an der stelle tschau und tschau tschau tschau